Warum bist du hier? Was ist der Grund, wieso du dir dieses Video jetzt anschaust? Fehlt dir die Motivation? Fehlt dir das Wissen? Was stoppt dich? Oder ist das, was dich stoppt, einfach du selbst? Verschwend nicht deine begrenzte Zeit damit, das Leben von jemand anders zu leben. Nutze die Zeit im Leben, um deinen eigenen Träumen zu folgen und nicht den eines anderen. Lebe nur so, wie nur du es willst und nicht so, wie andere Menschen es von dir war. Aber er ist nicht so und er macht das und dies und das. Vergess die Meinung der anderen, denn wenn du auf die Meinung der anderen hörst, kannst du nie ein Leben führen, was frei ist von Erwartungen und womit du 100% zufrieden sein kannst. Es ist nie zu spät, das zu sein, was du schon immer sein wolltest. Ist total egal, wie lange du deine Träume aufgeschoben hast. Denn die Vergangenheit hat nichts mit deiner Zukunft zu tun. Es ist nie zu spät, der Mensch zu sein, der du immer sein willst. Aber Dinge passieren nicht einfach. Außen nichts wird sich nichts ändern. Dinge werden kreiert. Und wer immer nur darauf wartet, dass sich Dinge ergeben, der wartet in der Regel lange. Und es wird sich nichts ändern. Dein ein Schicksal, das liegt nur in deiner Hand. Und du musst proaktiv dieses Schicksal in die richtige Bahn lenken. Du musst praktisch Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn du tust, was du immer getan hast und nicht sofort etwas änderst, dann wirst du immer das bekommen, was du jahrelang schon bekommst. Es liegt einzig und allein an dir. Wenn nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst und mutig genug bist, Risiken einzugehen, dann wird sich nichts ändern. Denn gewinnen heißt, keine Angst vor Niederlagen zu haben und Sachen zu probieren. Jeder bekommt das, was er verdient. Schiebe den Grumpf, er folgt nicht auf Glück. Wenn man mich heutzutage sieht, mit einem Rolex am Arm, mit einem teuren Auto, mit einem Penthouse leben, denkt man sich, wow, so ein Glückspilz. Er hatte Glück im Leben. Doch das, was, ich habe auch absolut nichts mit Glück zu tun. Ha, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Verdammt nochmal, ich war nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war jahrelang zu spät. Ich war jahrelang am falschen Ort. Je mehr ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. Je mehr du arbeitest, desto mehr glückliche Situationen wirst du erleben. Das ist einfach in Mathematik. Je mehr Sachen du machst, desto mehr Chancen werden sich ergeben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Wahrheit ist folgende. Ich habe jahrelang Tag für Tag gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen. Ich bin selbstverständlich seitdem ich 17 Jahre alt bin. Ich bin heutzutage 24. Von mir geht es gut. Ich kann nichts dagegen sagen. Aber ich bin mit keinem goldenen Löffel im Mund geboren. Um ehrlich zu sein, bin ich von ganz, ganz unten gestartet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist folgendes. Jeden Tag 100% zu geben. Von Montag bis Sonntag. Sieben Tage, jahrelang. Das ist meine Devise. Das ist meine Sicherheit. Das ist meine Garantie, um erfolgreich zu sein. Was ich dir versprechen kann, ist folgendes. Harte Arbeit zahlt sich aus. Früher oder später. Und wenn du immer 100% gibst, vergess 100%, 110% gibst und nichts unversucht lässt, musst du früher oder später Erfolg haben in dem, was du tust. Messe deinen Erfolg nicht an außen. Versuche jeden Tag nur besser zu sein, wie du gestern warst. Okay? Dein größter Konkurrent bist du selbst. Wenn es dir wichtig ist, dann findest du einen Weg. Ansonsten findest du eine Ausrede. Schon immer so gewesen. Immer dann, wenn du etwas aufschiebst oder verdrängst, ist der Wunsch nach einer selbstbestimmten Zukunft noch nicht groß genug. Die einzige Frage, die jetzt noch offen ist. Wie wichtig ist dir deine Zukunft? Eher Zukunft.